Seekreuz Jeweils 30 Container zu öffnen Und ja, ihr werdet also quasi jetzt das erste Video sehen Und irgendwann ein bisschen später, ich weiß noch nicht genau wann Werden wir euch die zweiten 30 Container dann anbieten Hallo Meerschweinchen, schön, dass du dabei bist Guten Tag Du hast für mich gesammelt sozusagen Und wir wollen auch gar nicht so viel Zeit verlieren Du hast wirklich eine große Inhaltsliste Ich sehe das hier, aber wir wollen dem Zuschauer die Spannung jetzt nicht nehmen Es sind wirklich diverse Sachen dabei Supercontainer, Marinefliegercontainer Und so weiter Ja, fangen wir direkt an Gut, Container öffnen Ressourcencontainer geht direkt los Kohle haben wir dabei, FreeXP haben wir dabei Und wir haben Zulu dabei Als Flagge Und dann geht es weiter Wieder Ressourcencontainer Und wieder Kohle und wieder FreeXP Und wieder Zulu, also genau identisch nochmal Zulu sind ja diese 20% Mehr Kreditpunkte je Gefecht Und dann Wieder ein Ressourcencontainer Mit genau dem gleichen Inhalt Nur die Signalflagge ist Papa Papa diesmal Drei Stück Also Kohle und FreeXP kriegst du auf jeden Fall jetzt schon mal ordentlich Jetzt gibt es einen Creditscontainer Und der bringt 50.000 Credits Und Ja, Schiffswartungskosten reduziert Und nochmal FreeXP geboostet Und wieder ein Creditscontainer 50.000 Credits Und dann haben wir Ladezeit des Verbrauchsmaterials um 5% reduziert Und Juliet Charly Explosion Also Magazindetonation Ist quasi nicht mehr möglich Dann geht es weiter Wir haben jetzt noch In diesem Video 24 Container vor uns Nochmal Doppelcredits 250.000 Und wieder die Flagge Zulu Und da ist der erste Würfelcontainer Was ist da drin? Und wir haben Hier Signalflaggen Echo November Echo Sette Seven Das ist dieser Flaggschaden Und wieder Würfel Ich bin gespannt wann der erste Supercontainer kommt Bin schon ein bisschen nervös Juliet Charly Magazindetonation Nochmal Und Weiter geht der Lack 750 Free-XP Im nächsten Würfelcontainer Wie lange hast du jetzt gesammelt Für die Container? Seitdem das mit der Marinefliegerei Los geht Also Anfang April 60 Container seit Anfang April Ganz genau genommen Am 9.4. angefangen Wow Oh, aber da bist du ja Fleißig gefahren hier Wir haben jetzt hier Papa Papa drin Und nochmal so ein Duplikat Für so ein Symbol Und dann geht es weiter In dem nächsten Würfelcontainer Haben wir wieder Free-XP drin Und da kommt der erste Marinefliegercontainer Premium 20 mal Drache Ist da drin gewesen Kapitäns-EP geboostet So Und Dann geht es weiter Der nächste Marineflieger Standard Gibt Tarnung Sci-Fi Und wieder ein Würfelcontainer Also November Foxtrot Verbrauchsmaterialien Reduziert Also der Die Abklingzeit der Verbrauchsmaterialien Dann geht es weiter mit einem Würfelcontainer Hier Und wir haben November Foxtrot dabei Nochmal Verbrauchsmaterialien Abklingzeit Und wir haben Auch hier wieder Sulu-Hotel Kapitäns-EP Geboostet Bin gespannt Ob wir die Supercontainer Noch in den Ersten Video Mit dabei haben Jetzt gibt es nochmal Standard Erstsupplycontainer Wieder drei Sci-Fi Weltraumlackierung Wie in dem anderen auch Und weiter geht es 2000 Kohle Im nächsten Erstsupplycontainer Standard Kohle kassierst du hier Ganz gut Das ist schon mal super Gut So Du musst die Kohlen Sichern Genau Und da geht die nächste Kohle 2000 Kohle Geht hier über den Tisch Nochmal Überschiff Besser gesagt Jetzt Wieder Würfelcontainer Und wir haben hier Sulu wieder dabei Gibt wieder Creditpunkte On top Noch Neuen Container Für dieses Video Und Sierra Mike Höchstgeschwindigkeit Das Schiff Ist um 5% Erhöht Das ist immer gut Die gibt es selten Die Sierra Mike Find ich in diesen Signalkontainern Und so weiter Also Das finde ich Ist immer eine Wichtige Sache Und dann geht es weiter Mit Nochmals Sierra Mike In dem Moment Wo ich sage Selten Kommt es gleich Zweimal Das musst du Im Supercontainer Sagen So Jetzt brauchen wir November Foxtrot Wieder Verbrauchsmaterial Und weiter geht es Mit dem Würfelcontainer Mit Equalspeed Charlie London EP Gefecht Um 50% Erhöht 4 Stück Gab es davon Und da gibt es Wieder ein Credit Container Diesmal Also 50.000 Credits Und Schiffsverwarnungskosten Reduktion Und Papa Papa Also Free XP Und Weiter geht es Mit dem Würfelcontainer Magazindetonation Wieder Noch Drei Komm Da kommt noch Ein Supercontainer Ich habe es Im Gefühl 750 Free XP Und Da sind 900 Kohle Drinnen In dem Würfelcontainer Das ist Doch mal Geil 900 Kohle Ist schon Ordentlicher Wert Jetzt ist ein Supercontainer Da Komm Komm Baby Gib es mir Und Wir haben 50 Gamescom Lackierungen Da drin Also Das bringt Credit Punkte Und EP Gefecht Jeweils Um 50% Geboostet Das ist Richtig gut Das ist Richtig gut Glaube ich auch Gerade zum Geld verdienen Und so weiter Wenn man da Was braucht Und jetzt Kommt noch Ein Container Wir können Noch Einen Ein 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 Das ist Wieder Ein Würfel Container Und Da Haben wir Jetzt Zulu Hotel Drin So Und Das waren Jetzt 7 Minuten Container Opening Wer fällt Ein Also wir hatten Jetzt Glückscontainer Wir hatten Ressourcen Credit Container Wir hatten Super Container Dabei Einen Premium Marine Flieger Container Und schon Einige Standard Marine Flieger Container An dem Punkt Sagen wir Erstmal Danke Für eure 7 Minuten Zeit Ich hoffe Hat euch Ein bisschen Unterhalten Und ihr Konntet mal Ein bisschen Ein Einblick Bekommen Was Meerschweinchen Hier so In seinen Containern So zieht So Also mal Was anderes Auf unserem Kanal Als wir Sonst Öfter Für euch Haben Eher Mal ein Bisschen Entertainment Wir beide Sagen Jetzt Tschüss Und Setzen Uns Jetzt Gleich Und Machen Den Zweiten Teil Den Ihr Dann Demnächst Bei uns Auf dem Kanal Finden Werdet Okay Bis dahin Meerschweinchen Bis zum nächsten Mal Und Meine Wenigkeit Der Andi Ciao Ciao See you